Ende des 16. Jahrhunderts begannen die Engländer mit der Kolonisation der Ostküste Nordamerikas. Die ersten Versuche der Besiedlung scheiterten aber durch Indianerangriffe und Krankheiten. Die nächste größere Immigration erfolgte 1620 durch die Pilgerväter, die mit dem Schiff Mayflower in die neue Welt kamen und dem heutigen Bundesstaat Massachusetts, die Kolonie Blymouth, gründeten. Von den Pilgervätern wurde der Mayflower-Vertrag verfasst und unterzeichnet, woraufhin jede Siedlung selbst verwaltet wurde. Aufgrund der religiösen Unterdrückung wanderte ein Teil der Bevölkerung aus Europa in die britischen Kolonien aus. Die Menschen kamen auch nach Amerika, weil sie keine Untertanen des Königs mehr sein wollten. Viele Auswanderer verschuldeten sich bei Schleppern für die Überfahrt. In Holland gab es oftmals einen Zwangsstopp, während dem die Auswanderer ihr ganzes Geld verbrauchten. Daraufhin mussten sie, um dennoch nach Amerika zu gelangen, sich verpflichten, in den Kolonien ihre Schulden abzuarbeiten. Im 17. Jahrhundert besiedelten auch Niederländer, die Deutschen und die Franzosen Nordamerika. Frankreich und Großbritannien kämpften von 1754 bis 1763 im French and Indian War um die Vorherrschaft in Nordamerika. Der Krieg wurde von den verbündeten Indianern unterstützt und belastete die britische Staatskasse enorm. Die Siedler mussten auf Güter wie Papier oder Tee Steuern an England bezahlen, womit die Staatskasse wieder saniert werden sollte. Sämtliche Kolonien besaßen keine Vertretung im englischen Parlament und mussten trotzdem Steuern zahlen. Deshalb gab es im Posten eine Demonstration, woraufhin die Steuern bis auf die T-Steuer aufgehoben wurden. 1773 eskalierte in Boston der Konflikt zwischen den amerikanischen Kolonisten und der britischen Regierung um die Besteuerung von Tee. Eine Gruppe Bostoner enterte, als Indianer verkleidet, drei britische Schiffe und warf die gesamten Tee-Kisten über Bord in den Bostoner Hafen. Diese Aktion bekam den Namen Boston Tea Party. Die Parole der Kolonisten lautete, keine Besteuerung ohne parlamentarische Repräsentation. Infolge der entstandenen Spannungen zwischen den Briten und den Siedlungen kam es 1775 zum amerikanischen Unabhängigkeitskrieg. Am 4. Juli 1776 erfolgte während des Krieges die Proklamation der Unabhängigkeit der 13 britischen Kolonien für einen eigenen souveränen Staatenbund. Die Unabhängigkeitserklärung beinhaltet Menschenrechte, Anklagen gegen die britische Krone sowie die Bekundung, dass es das Recht der Kolonien sei, die staatlichen Bindungen an das Mutterland zu lösen. Für die amerikanische Armee war die Lage im Unabhängigkeitskrieg zunächst sehr schlecht. Um die Ansiedlungen zu unterstützen, trat Frankreich 1778 in den Krieg ein. Ein Jahr später kam Spanien und noch ein Jahr darauf die Niederlande dazu. Dies führte zu einer Wende im Kriegsverlauf. Auf britischer Seite standen zum Teil deutsche Soldaten, die hauptsächlich aus Hessen kamen, weshalb die deutschen Soldaten generell als Hessen bezeichnet wurden. Ebenfalls während des Krieges traten 1781 die Konföderationsartikel in Kraft. Diese bildeten die verfassungsrechtliche Grundlage der Föderation der 13 Kolonien. Großbritannien verlor den Unabhängigkeitskrieg und erkannte 1783 im Frieden von Paris die Unabhängigkeit der Kolonien an. 1787 wurde die Verfassung der USA, die Bill of Rights, ausgearbeitet. Sie sieht ein politisches System vor, welches durch eine Gewaltenteilung ausgezeichnet und als Checks and Balances bezeichnet wird. Die Bill of Rights wurde vom amerikanischen Kongress 1789 beschlossen, was bedeutet, dass sie ab diesem Zeitpunkt in Kraft trat. In diesem Jahr wurde George Washington der erste Präsident der USA. Angetrieben von der Doktrin Manifest Destiny expandierten die USA im Laufe der darauffolgenden Jahre, wobei viele neue Bundesstaaten gegründet wurden. Unter einer Doktrin ist ein politisches Programm mit dem Anspruch der Allgemeingültigkeit zu verstehen. Während der West-Expansion fand eine Besiedlung statt, die den Indianern endgültig das Land nahm. Der Grenzbereich, bei dem die Indianer immer weiter nach Westen getränkt wurden, wurde Frontier genannt. Weiterhin wurden Gebiete bestimmt, welche den Indianern vorbehalten waren. Diese wurden Reservate genannt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017